Moin Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute spielen wir Heydays. Es kommt jetzt pro Tag ein Video. Hier ist es ein Video. Das war's für heute. Kürbischöse ist immer am besten. Und er ist cool bei mir. Das ist eine und die. Ich habe kein Essen für euch. Tut mir leid, aber ich kann uns nicht vertrauen. Oh, Baconpepper. Oh, okay. Okay. Äpfel oder? O-M-G, O-M-G. Ja, cool. Ähm, ganz schnell. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Holz nicht, Leute. Holz ist zu wertvoll. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ich hab den. Oh, okay. Ähm, oh. Ähm. Manni ist halt da, Leute. Aua. Das tut weh. Aber Aua. 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 Dann können wir das hier mal kaufen. Warum kaufen die das nicht? Gemeine Leute. Aua. Genau da war eine. Ich pflanze. Ich pflanze mir ein paar Filme an. Ich muss nur ein paar vertauchen. Wenn ich bin ja das richtig. Und die will gucken da auch. Ähm... Wow, so süß. Warum kaufen wir nichts? Es regnet mir gerade voll auf. Hallo. Ich sammle die Küchen. Warte, ich muss gucken wie viel ich davon habe. Von dem Kürbiskuchen habe ich 23 und von dem Karottenkuchen habe ich 7 Leute. Man kauft was. Man. Man. Cookies lecker. Ähm. Ähm. Warum kauft niemand was bei mir? Im Ernst? Im Ernst? Alter. Ich möchte die ganzen Kuchen verkaufen und dazu noch das, 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 das. Was? Weil die bringen immer richtig Cola. Das springe ich weg. Das säge ich weg. Und den Baum hack ich weg. Oh. Dober Teich. Nein. Warum kauft der niemals was bei mir? Ist echt gemein. Sehr, sehr gemein. Wir müssen was kaufen. Wir müssen was kaufen. Kauf bei mir. Angebote. Leute. Wenn wir auf dieses Video 10 Likes schaffen, dann kaufe ich mir das. Sonderangebot. Das Sonderangebot. Hol ich mir das. Hol mir das. Oh. Wenn wir 10 Likes schaffen. Ähm. Ja. Oh. Mein Popo. Äh. Ich mach mir einmal. Was kann verkaufen. Käse. Wer mag schon kein Käse? Oh. Käse. Cool. Endlich mal. Habe ich jetzt Kuchen drunter. Ja. Ja. Äh. Ja. 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 Nutzung. Voll abgezogen. Aber richtig. Ja. Das war's dann. Ja. Komm. Ja. Ja. Äh. Also deine Tarnsüge ist so cool. Die meine. Tom Tom. Oder wie da heißt Tom Tom. Karotten. Oh mein Gott. Ich habe einen Spruch davon. So Leute, das war's mit dem Video, lasst ein Like und ein Abo da, tschau, haut rein!